Worauf muss man sich einstellen bei so einer Darmspiegelung? Viele Leute haben Angst oder Sorge vor so einer Darmspiegelung, das ist aber eigentlich nicht notwendig. Wenn Sie zu einer Darmspiegelung geplant sind, zum Beispiel in einer gastroenterologischen Praxis, dann ist der erste Schritt, und das ist das, was die meisten Leute rückblickend als den unangenehmsten Teil der Untersuchung beschreiben, wichtig, dass der Darm vorher, bevor die Untersuchung losgeht, sauber gespült wird. Dazu muss man eine Spüllösung trinken, häufig in zwei Portionen, zum Beispiel am Abend vor der Untersuchung und früh am Morgen des Untersuchungstages. Dann geht man zur Darmspiegelung hin, zum Beispiel in eine Praxis, bekommt dort eine Infusionsnadel und darüber eine leichte Sedierung, sodass man während der Untersuchung schläft. Währenddessen führt dann die Gastroenterologin ein Endoskop über den Po in den Darm ein, spiegelt einmal vor bis zum ersten Teil des Dickdarms, da wo der Blinddarm sitzt. Manchmal guckt man auch noch an das allerletzte Stück vom Dünndarm hinein und dann zieht man das Endoskop langsam zurück und schaut die gesamte Darmoberfläche an. Wenn dort Polypen gefunden werden, können die direkt und gleich in derselben Behandlung entfernt werden, indem sie mit einer Schlinge zum Beispiel aus der Darmwand herausgeschält werden. Danach kommt der Patient, die Patientin in den Aufwachbereich und in aller Regel wachen die Leute auf und wundern sich, dass die Untersuchung schon vorbei ist. Missempfindungen hinterher sind selten und in vielen Fällen einfach auf die Luft, das CO2, das für die Spiegelung in den Darm gepustet werden muss, zurückzuführen. Ernste Komplikationen gibt es, aber sie sind sehr, sehr selten und es ist insgesamt eine sehr gut verträgliche und außerdem extrem wichtige Untersuchung für die Prävention von Darmkrebs. Also kann ich Sie nur ermutigen, haben Sie keine Angst, gehen Sie hin, kontaktieren Sie Ihren Gastronologen oder Ihre Gastronologin und machen Sie einen Termin aus für Ihre Darmspiegelung, wenn Sie über 50 Jahre alt sind oder ein familiäres Risiko für Darmkrebs haben.